Unsere Show gibt es auch als Podcast, das wollte ich noch anbringen, möglichst originell nämlich. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen könnt ihr auch reinschauen. Reinhören, viel eher in einem Podcast nicht reinschauen. Oder eure Sendung noch einmal anhören. Das wird es auf jeden Fall sein. Schon? Ja. Aber da sieht man dein wunderbares Hemd nicht. Man hört die Engelsstimme. Man hört die Engelsstimme. Was sagst du dazu, Markus? Also, das kommt vom Boxen, 100%.